Ja, da ist so wieder der Hendrik P. Er hat eine Gitarre und er wird sie auch einsetzen. Song at Home Nummer 106 mit einem echten One-Hit-Wonder aus dem Jahre 1987-88. Da war es nämlich in Deutschland dann im Juni 88 in den Charts. Danny Wilson, Mary's Prayer. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das Ding klingt, in diesem Video werdet ihr es nicht nur wieder sehen, sondern auch wieder hören. Das war's. 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 Das war's.